Wird Jimmy Blue Ochsenknecht 30 seiner Vaterrolle etwa weiterhin nicht gerecht? Der Schauspieler begrüßte gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Jelis K.O.C. 28 im vergangenen Oktober Töchterchen Snowelani auf der Welt. Noch vor der Geburt der Kleinen trennte sich das Paar jedoch. Immer wieder teilten Jimmy und Jelis verbal gegeneinander aus. Jetzt wirft das einstige Bachelor-Girl ihrem Babypapa vor, immer noch keinen Kontakt zu Snow zu wollen. Bei einem QA auf Instagram wollte eine Userin wissen, ob Jimmy seine Tochter jederzeit sehen dürfe, was Jelis nutzte, um eines klarzustellen? Ja, darf er, aber wir hören leider immer noch nichts von ihm. Ich finde es auch schade, dass er Snow und sich nicht mal die Chance gibt. Anscheinend erweckt der wilde Kerle-Star bei seiner Ex den Eindruck, keine Freude an der gemeinsamen Zeit mit seiner Tochter zu haben. Die Familienplanung scheint bei Jelis indes noch lange nicht abgeschlossen zu sein. Ich hätte gerne noch eine Schwester für Snow. Ich hätte aber auch nichts gegen einen Bruder für sie, erklärte die Beauty. Am liebsten wäre ihr sogar beides, witzelte sie weiter. Das istotview des Eindruck, die Kinder von der Eindruck beides sind für Sie nicht. Ich hätte auch nichts für die Kinder von der Eindruck, wenn sie nicht geben. Das istotviel, die Kinder von der Eindruck sein. Das istotviel ist ein aber auch nicht. Beidesz von der Eindruck. Vielen Dank.